Aber spielen wir denn gleich? Ich kann schon mal gucken, weil ich kann mich gleich im Champs-League wieder nicht entscheiden, das weiß ich schon. Renga, ui, nee, 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 hätte ich Bock drauf, aber kann ich einfach überhaupt nicht. Und Gwen, Gwen könnte ich echt first time, aber auch irgendwie nicht. Full Adi Wukong mit, oh ja, dieser Adi Wukong mit, mit Live, ähm, wie heißt das Item? Mit dem roten Krippbogen. Oh, da würde ich mich sehen. Was hast du Prev, Tom? Ich habe es nicht gehört. Bitte? Ich, ich spiele normalerweise Support eigentlich. Ach, Support, okay. Aber ich spiele, also ich spiele halt alles schlecht. Also bleibe ich hier der Einzige, der enthusiast, das gefällt mir. Ich mache Fehler, Kilo und bin wieder top. Ey, okay, alle guten Dinge sind drei. Lass es durch. Das ist fein. Man, warum ist man gerne angeboren? Da spiele ich denn dann top? Nein. Ich würde dich ja auf first time ja so sehen. Also ich muss jetzt hier mit Lane spielen, oder was? War Leona topspieler? Full AP, klar. Full AP? Nee, auf Tank schon, aber ich spiele sie auch immer Full AP im Teil. Und du drimmst Leona? Okay. Ja, warum? Ge-Suit-Spot? Nee, ich bin Top-Nain, Leona. Ich habe Leona auch nie Top-Nain gesehen. Okay, ich habe, wie gesagt, aus den Jahren nicht mehr gespielt. Okay, wer ist Gwen? Du, wer, alles. Wer ist Gwen? Hallo, welche Rolle habt ihr denn für mich? Oh, der Herr ist Gwen. Wo ist der Korn? Äh, du bist ADC. Du bist 9er, okay. Wir haben alle gefüllt. Sau cool. ADC wollte ich immer schon mal sein. Willst du jetzt Leona top-Lane? Nimmst du BTS? Äh, okay. Ja, Morgana wurde gebannt. Und dann spielst du Leona top-Lane. Macht man das nicht? Nö, ist ganz normal. Du musst gegen Gwen spielen, ja. Du weißt nicht, wie die funktioniert nämlich an, ne? Äh, doch, ich habe mir das schon einmal angeguckt. Das ist AP wahrscheinlich, ne? Das ist eine kleine Bastlerin, schneidet dich kaputt. Auch eine Anhängerin zwischen der Religion. Oh, I don't know. Microphone muted. Ich bin immer so kurz davor, den Beschneidungsjob zu bringen, aber... Getsch, getsch. Ich bringe dich auch in der Gruppe. Wie der Erkwart Witze, die nur ich witzig finde. Da habe ich schon genug von gebracht. Wie ein bekannter Philosoph und auch Lead-Legende mal zu sagen pflegte, was tust du eigentlich mit deinem Leben, wenn du League of Legends nicht spielst, um damit Geld zu verdienen, ne? Äh, wie hieß der noch? Wahrscheinlich wegwerfen, das Leben. Ähm, war, glaube ich, Bröckmann, oder? Richtig. Ja, ja, der war das. Genau der. Was denn? Okay. Aber es ist gut, dass du angekommen bist. Ich habe Leute geflamt. Eigentlich alle. Du hast alle geflamt? Ja. Ich finde aber, so Grinder sind mir ja übel sympathisch, ne? Man kann Leute den gleichen Lebensstil führen wie ich. Morgens aufstehen, grinden, Bett gehen. Fronchi, wie kommst du, ich muss wirklich fragen, wie kamst du denn auf die Idee, Leona top zu spielen? Wo hast du denn das gesehen? Jetzt shit-talk das mal nicht so gut. Ich verstehe das. Mann, ich habe das einmal gesehen und ich kann keinen anderen Tank spielen. Timo und so habe ich richtig verkackt und ich wollte Morgenda spielen. So Morgenda wurde gebannt. Mein Champion Pool ist aufgebraucht. Dann gehe ich halt mit einem Supporter, den man Tanky spielen kann, das ist nur Leona, auf die Top-Lane. Da bin ich nicht, ja. Die Rechtfertigung nimmt mich so hin. Das kann ja nicht mehr werden als vorher. In die zwei Runden. Ist das so? Hä? Sind wir schon 1,27 gestorben worden heute? Ich weiß nicht. Ich meine, einmal pro Tag muss man so ein Game eigentlich haben. Ich glaube, sonst ist man auch einfach nicht qualifiziert zum Linkspielen. Naja, damit wächst man. Vor allem der Tumor in meinem Gehirn wächst damit. Oh Gott. Invaden wir. Was macht eigentlich Aftershock? Nachdem du jemanden CCst, bist du kurzzeitig Tanky und machst dann noch Damage. Oh Gott, ich bin so boosted. Überlebst du das mit Weh? Ja. Oh. Und wie du das mit Weh verwebst. Alter. Vielleicht kriege ich die dafür, aber ich weiß nicht. Es gibt keinen Ignite mehr. Also eigentlich schon. Aber sie hat noch Flash. Ach, das ist fucking Shit. Das habe ich wegge... Oh, okay. I'm over, I'm over. Oh nein! Nein! Oh. Ne, da mache ich nichts. Den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist my bad. Logischerweise ist der in der Nähe. Professional Top-Liner. I'm telling you. Oh ja. Geh rein. Ja. Bin gewordet hier, Leute. Sick. Oh nein! Was mache ich da? Tschüss. Wo geht die Reise hin? Ah, ja, let's go. Switch. Warum diken die eigentlich eine Leona als Erste? Das ist auch sehr nice. Ja. Ja. Ja, ja. Der Volk war da. Konnt man nicht wissen. Konnt man nicht wissen. Hat auch keine Wards mehr. So, aber ist nicht schlimm. Ich habe Ulti. Let's go. Ich musste E-Base, also. Ja, ja. Alles klar. Ich habe keine Ulti. Ich komme trotzdem. Ja, 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 ja. Die hat Level 6. Yeah, sie ist Level 6. Ja, nee, lassen wir lieber einfach. Oh. Boy. Oh mein Gott. Ja, ich verlasse dich, ja? Alter, hätte ich eine Ult, Mann. Wir hätten die so kaputt gemacht. Scheiße. Die zwei haben in die Luft gelegt. Ich habe leider keinen Mana gehabt für Ulti. Ja, nee, alles gut. You're so predictable. Toxic, Leona. Fällt mir. Du bist ja bekanntlich auch ein sehr toxischer Mensch. Ja. Ja. Das ist die liebsten Ja-Stilme, die man jemals gehört hat. Weil das ist ein anderer Ja. Ja, ich bin nicht cool. Ja. Ja, das ist. Wo ich die Scheiße kriege ich direkt Angst. Ja, ich sage es euch, wie es ist. Ich bin immer noch nicht Level 6. Ich bin nicht dabei. Nein, nein, nein. Lass dich beten. Jetzt habe ich Ulti. Jetzt bin ich dabei. Ja. Soll ich raus? Überleben sie. Ja, nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ja, gib mir ein Zeichen. Die machen wir hart. Wenn das auch Mist. Vorsicht. Ja, Warwick kommt wieder. Warwick kommt wieder. Du bist hier, ne, oder? Ja, ich werde aufgedeckt. Kann ich dp'n. Nice job. Ich hasse mein Leben. Ich nehme direkt rein. Du hast den. Du hast den. Oh, Limm mal. Das ist gut. Null. Hasse. Hasse. Er greift den Fälschen an. Och nö. Und die amart? Save, Crunchy. Save. Was denn? Ich habe Wehen. Ach, scheiße. Ach, Exhaustisch. Was soll ich denn sagen? No, 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 no. Dumme Sau oder so. Ach so, nee. Dafür fühle ich mich nicht ruhig. Aber Ult hat sie raus jetzt. Wie lange ist der Cooler noch auf Ihrer Ult? Keine Ahnung. Kann ich ja nicht sagen. Ach, endlich. Oh mein Gott. Ähnlich. Ich bin kurz davor zu beleidigen dürfen. Nice. Baut sich langsam auf. Ja. So eine innerer Ansprache und so eine Vorfreude, dem großen Platz zu geben. War ich im Zentrum? Ja, ich war im Zentrum. Shit, dem hätte ich dort schon müssen. Weggebastelt. Ja, ja, ja. Soll ich auch jemanden rauf? Nee, lieber nicht. Nee, nee, nee. Wenn Maui hier ist, ja. Wenn Maui hier ist, ja. Ich habe alles. Woher kommt wieder? Oh no, ich leute, jetzt bin ich nicht da. Scheiße. Wir wollen schon fighten, ne? Also. Snip, snap kommt. Die knallt auch ordentlich. Fuck. Oh, ich habe jetzt wieder mal einen Kau. Oh, der Heal. Er hat mich fast durchgecarried. Mega stark. Sehr schnell. Ich habe schon viel Damage, aber... Ihr habt keinen Mana. Und kein... Ihr habt keinen Mana. Ich bin dort echt saftiger Schattern für euch. Die Bier. Oh ja. Geil. Schön. Wie ist das? Hey, ich kann sie nicht... Warum ging es nicht? Was ist das? Hä? Ach ja, das ist fix in Ult. Ach du Schade. Ich glaube, wir müssen rennen. Ich habe auf jeden Fall ein Problem. Ich habe Ulti in 10 Sekunden. Was war das denn? Ja, das ist fix in Ulti. Du kannst sie nicht angreifen, wenn du außerhalb des Kreises stehst. Wow. Okay. Ich bin so tot, Alter. Ja. Wo spielt man mit Shieldbow? Nein, wo spielt man definitiv nicht mit Shieldbow? Und da gibt es auch kein gutes Bild. Deswegen ist es auch scheißegal, was ich hier baue. Es ist alles komplett free. Seid mir will erlassen. Ich bin auf dem Weg. Oh, ich bin tot. Junge, Junge, Junge. I'm on my mind. Yes. Zu mich. Let's go. Hier ist noch mehr, Vorsicht. Einfach nur selbstbewusstes Spielen. Dann passt das. Bis dann. Oh, ich würde ja gerne Schaden machen, Wirt. Aber you see, I'm struggling. Mann, wie ich keinen Karten brauche ich ein Ult für. Da muss ich aber auch 1 aufgeteilt, muss ich sagen. Das war nice, ja. Selbstbewusstes Spielen. Wait, ich habe den Ding. Ich habe einen Harald. Du hast den eingesammelt? Wir haben den gestealt. Ach, ja klar. Haben wir alle mitbekommen. Sehr klassisch. Ja, ja, ja. Jetzt macht es auch Sinn, dass wir den einen Turm gestammt haben. Wir kommen halt nur nicht in die Nähe von Türmen. Ich rette dich, Bröki. Rennen. That's all I can do. Oh, shit. Ja, dann. Ja, das ist die besagte Bot Lane. Die besagte Bot Lane. Aber kein Problem. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir richtig, oder? Haben wir. Ich habe sie gestunt. Mehr kann ich nicht machen. Schade. Habe ich meine Wege zu früh benutzt. Aber holy shit, ist dieses alte Bild kacke. Hast du ein neues Item mitprobiert? Ich habe, ich habe, ja, ich habe Armourpin-Apheles probiert, weil die Armourpin gebufft haben auf ihn, aber. Siehste, Bröki? Ich bin ein Top-Man-Supporter. Nice. Wenn ich jetzt nicht runtergerannt wäre, wäre es echt gut. Hey, ich bin nicht so hart runtergerannt. Nein, nein. Ich, ich bin runtergerannt. Ein Team. Weiß gut. Wir crack das gleich ab. Weiß nicht, ob wir das... Wir haben auch Super-Man-Support in unserer Base. Oh, fuck. Ja, die Super-Man-Support machen mir Bauchschmerzen. Wir müssen tatsächlich auch rein, ja. Ja, mach prima. Ich kann in 15 Sekunden... Wir springen aber alle vier bei einmal rüber. Okay, okay. Dann wollen wir die Geld auf sie gewinnen. Okay, whatever. Okay, gewinnen. Ich bin drin. Oh, schieße. Jetzt verschieße. Oh, ich habe sie gestunt. Oh, auf die Kaiser. Wo ist sie? Hier. He disappeared. Hey, wir haben den Deck rumgerollt. Ja, hier ist die Klappe. Hier, hier. Das war eigentlich worth what the fuck. Das war übel gut. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, außer Button gesmashed, but it worked. Kriege ich von dir eigentlich ein Statement zu deinem Stream-Titel? Hey, was? Ja, bisher habe ich noch einen geklaut. Ich kann noch nicht dazu, leider. Was steht denn da? Mango und ein paar Red Buffs klauen. Ich wollte die Balloonskip machen. Ja, ja. Okay, okay. Ganz knapp verloren. Ich bin drin. Gut. Ichwhat so, glaube ich. Das war. Ich glaube, ich war auf dem Ding cint. Scheiße, ich bin drin. Bis zum nächsten Mal.